Ich bin breit. Zu vier sind wir heute. Ich bin auch breit. Das sowieso. Breit. Ja, ich bin fast bereit. Hier ist gerade irgendwelche Probleme mit der Kondi. Bei der Aufnahme. Okay, passt. Ist der Mord hier auch schon soweit? Ist der auch schon fertig? Ja. Na, dann können wir ja loslegen. Wenn wir... Wenn wir mal. Dann starte ich im 3, 2, 1 und... Ja! Ja. Auf geht's. Und möge das Glück stets mit euch sein. Holy moly, die Map sieht geil aus. Na dann, let's go. Auf geht's. Achtung, diese Map könnte Schwindel verursachen. Ach, oh mein Gott. Was hab ich getan? Solange du es nicht in VR spielst. Hey, Pa. Solange du es nicht in VR spielst. Hoff. Was du wahrscheinlich tust. Ich bin schon wieder übers Loch rausgehüpft. Achso, ich gucke jetzt euch zu. Ich war fast auf dem Weg zum Loch. Ja, weil ich es für Stray geschafft habe, gucke ich jetzt zu meinem... Aber du fasst. Ist ja mal wieder klar. Du musst den anderen beim Spielen schauen. Ja, ich packe mir mal kurz den neuen Hut drauf. Der Kohl mit Meis sieht nicht so cool aus. Was für ein Ding. Du klebst an der Wand. Das ist aber kein guter Schlag. Ins Loch gesprungen und wieder raus. Schön. Perfekt. Na, wo sind wir denn? Ach, ich hab immer noch das Hütchen auf. Ich bin da. Ich bin der braune Bein mit Hut und Münzen. Ich hab jetzt einen Hut mit Schlafhütchen. Diese Map ist doch fucking irritierend. Die Map, die dreht sich. Oh Gott. Sie dreht sich. Der hat sehr gut mit den Gravitationsdingern gearbeitet. Das ist episch, aber ja. Andererseits. Ich hätte auch noch 30... Ich hätte die genial. Wer wollte das? Ist doch gut. Darauf muss ich erstmal leuchten. Ach ja, das stimmt. Wie ging das noch gleich? Leck mich. Mit R. L. Nein, mit R. Was machst du? L ist zurücksetzen. Und ich bin auch noch so blöd. Ich auch, Mordi. Du mich auch, Mordi. Ich bin so blöd und krieg den... Nein, im Ernst. Ich hab ganz im Ernst R gedrückt. Das geht jedes Mal. Ich hab ganz im Ernst R gedrückt. Okay, die Spectator Game ist echt... Ach, verdammt. So, hab's doch noch geschafft. Na dann. Wie viele... Damit habe ich den ersten Platz. Wie viele Schüsse hast du eingestellt? Mordi, wie viele Schüsse hast du eingestellt? Wie viele müssen... Wie viele dürfen wir maximal... Hold on one. Das wird ein Hold on one. Na komm, bitte. Nice. Yay. Hold on one. Hold on one. Alter, Finne. Nindian hängt an der Wand. Wir sind zum Thema Schwindelgefühle, ja. So viel dazu. Geht von mir irgendwie voran oder häng ich? Du hängst. Na sicher. Ich hab keine Ahnung. Was passiert mit mir? Die wird schwindelgefühle, die wird schwindelig. Ähm, hallo? Gute Arbeit. Mir wird grad auch ein bisschen schwindelig. Fuh. 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 Was passiert mit mir? Was weißt du jetzt? Nicht häng je. Das war nicht der Scheißmeck. Nicht ja. Wof. Was leißt du jetzt da und bei Anden hängen? Also ich werde jetzt hier mal weggucken. Ich habe übrigens meine Schläge verbraucht Ich gucke dann mal woanders hin So Und sonst wo Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich nach innen bewegt Aber ich glaube es ein bisschen Ja, ich bewege mich Ich glaube, das ist in meiner zweiten Reihe Immer mit dir diese Sache Bei UNO, bei Cards Against Humanity Bei dir ist immer irgendwie was Nein, nein, bei dir ist irgendwie immer was los Wobei, die Zeit geht nicht um, bis sie sich nicht mehr bewegt Oh shit, komm schon Das hat das Potenzial in 10 Minuten Die nehmen wir uns Das tun wir Hüpfen mal Und weiter geht's Und weiter geht's Auf den Kurs Und jetzt geht's rückwärts Meine Damen und Herren Jetzt geht's rückwärts Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no And the wheels on the bus go round and round Ah, hast du nur nichts noch? Ja, der hört gar nicht mehr auf Nimm deinen Hüpf mal Da fang ich dir vor Volle Arsch Los, nimm deinen Hüpf mal Einfach mal so zum Spaß Komm ich den Kreis leer, ja oder nein? Lass dir mal wieder hüpfen Du könntest ja mal hüpfen Unterhaltung pur mit Nidlein Unterhaltung der etwas anderen Art Ja, schön Wenn ich mir das fahre angucke, frage ich mich, wie wir mit Hole in One reingekommen sind Zwergi Ja Prof, weißt du was? Mir ist ein bisschen schwindelig Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie ist mir schwindelig Hast du eine Ahnung, woher das kommen kann? Hast du eine Ahnung, woher das kommen kann? Woher mir schwindelig ist? Also, ich weiß auch nicht Wir sehen uns das später, ich mach mir was zu essen Die ersten Zuschauer kotzen Wir sagen von dem Punkt wirklich noch, dass wir noch Zuschauer haben Wir versuchen jetzt mit der Maus nachzuverfolgen Also, dass ich die ganze Zeit auf dem Ball bleibe Okay, das macht noch schwindeliger Ich guck's mir einfach von oben an Oh Gott So, würden wir vielleicht einfach mal abbrechen Modi, kannst du vielleicht einfach mal alle rauswerfen Wollen wir von vorne anfangen? Das ist erst die zweite Ich würde es, aber ich weiß nicht, wie man Leute kickt Also Escape Einfach selbst gehen Beenden Einfach auf Beenden klicken Ich werde jetzt sicher die Map nicht beenden Doch Nee, Nini bewegt sich nicht mehr in der Spirale selbst Ach komm, lass die Map beenden Lass uns von vorne starten Lass glück einfach R Wir hatten erst Wir hatten erst zwei Erlöse uns Oh Sehr gut Ich wollte gerade sagen, wir hatten nur zwei Maps, die wir gemacht haben Also zwei Wir hätten nochmal von vorne anfangen können So, was macht dieses Loch? Ja, das ist ein Spaß Wir werden es rausfinden, wenn ich es erreicht Das nächste Karussell Ich geh schon vor Einfach direkt auf die letzte Map wieder Was ist da gerade passiert? Ja Ähm, ähm Warum bin ich auf der Kante? Warum bewege ich mich noch? Was zum Was? Was zum Was passiert hier? Ich geh dann mal die normalen Wirklich Hallo Okay What is going on hier? Hallo Ich bin gleich Bleib nicht nur verstehen, hab ich gesagt Ich bin kurz vor Hole 6 Oh, wir sind hier Theoretisch kann man es zu Hole 6 schaffen Wenn ich jetzt einfach nur abwarte Roll ich dann ins Loch Ach du heilige Scheiße Das macht mein Ball ja Ich glaube schon Ja Ich kann dort auch einfach mal warten Modi, was hast du da für eine Map ausgesucht? Das ist doch hier nicht Ihr wolltet die Map Hä? Ich wollte die Map Sie klang interessant Und interessant ist ja auf jeden Fall Hä? Was passiert hier? Wieso bist du zurückgerollt? Ich komm hier nicht durch Wieso bist du zurück? Was ist das? Wir schwacken Ja, diese Map ist ein wenig okay What the fuck? Was, 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 was Wie, was, wo, wann? Wie ist das wirklich? Das ist meine Kugel Nein Was ist hier los heute? Was zur Hölle passiert hier? Was ist hier? Ich kann gar nichts mehr machen Ich hab meine Meine Kugel macht komische Sachen Okay, ich hab jetzt Okay Oh, eine Sekunde vor Ende Ja Großartig Was ist der letzte Schlag? What the fuck? Ich bin wieder auf dem ersten Platz Was macht Was zum Ich rolle Warum rolle ich? Warum rolle ich? Warum rolle ich? Was, was, wie Oh, wir sind hier Es ist hier ein bisschen verpackt Äh, nicht so Nein Wie kommst du nur drauf? Ich rolle noch zurück Entertainment Immer noch Alle Entertainment So muss das sein Entertainment Entertainment Genau Was? Was? Was, das war schon Mein zwölfter Schlag Wie kann das sein? Wenn du zurück Ich fahr Mit Strafe an Ich fahr Ich fahr Zwei Meter Zwei Zentimeter Vorm noch Das ist doch Das ist doch nicht wahr Doch, bitte Hilfe Hilfe, was ist jetzt los? Äh, wo, was, wie, wann Über Kopf Was zur Hölle passiert hier? Was denn? Du bist noch zurückgefallen Äh Was machst du denn Ich gehören Was denn? Was zum Hilfe Hilfe Das erinnert mich so ein bisschen An Human for Flats Weißt du noch, Motivut Und ja Und der eigentlich In der In der In der In der Im Im Rohrfest hing Ich habe die Leute lachen Nicht verstanden Hingst im Rohrfest Bei der Human for Flats Daran habe ich das Geheimat Hingst in der Stunde Lange im Rohrfest Wow Oh, das hätte fast Ein Human Äh, Quatsch Ach, da war jemand anderes Das hätte fast Ein Human Wern können Zwei Paar Ich habe es geschafft Jetzt muss ich Beim Versagen zuschauen Na komm Ey Puff, das Loch ist woanders Das Loch ist woanders Ähm, ja Ich werde den Entwickler Dieses Spiel zinten Und ich werde ihm Die Fresse polieren Und danach Dir, Mordi Was, ich habe Provisionen an Das ist doch Grundlos Ja, so geht's auch Ach ja, herrlich Nein, nein Nicht krank werden Corona Nein, nein Was zum Fick Hä, wo bin ich Jetzt gelandert Ach du Scheiße Hilfe Äh, was Wo, wann Wie, was Ich habe eine Bahn gefunden Dummerweise nicht Die auf die ich muss Ich auch Äh Was zum Was, wie Wann Wo Kurve Er hat mich Gegangt Wo bin ich Also ich habe Das Loch gefunden Aber Mehr auch nicht Uh, bleib drauf Bleib drauf Nein Was zum Henker Was zum Henker Geht mit dieser Map Nein 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 Bleib drauf Bleib drauf Bleib drauf Sehr nice Oh, nein Nicht so stark Ich bin auf der richtigen Route Ich bin kurz vorm Loch Ich habe gemerkt Ich bin vorm Loch Ich bin fast drinnen Ah, ich seh's Ja Komm schon Nice Ja Zehn Stokes Na toll Du hast ihn hinein Na komm Das schaffst du Nein Nein Rein mit dir Zähne ist Okay, was geht jetzt hier Dort entlang Hier bin ich schon paar mal gelandet Oh Ich auch Hey Nicht mich wegripsen Oh Gott Oh Gott Ich geh mal in das andere Ich geh mal in das andere Oh, ich seh's Ist egal, welches Loch man nimmt Aber jetzt fäng ich hinter dem Loch Nein Hinter dem Rohr Nice Okay Hol den drei Ihr seid ein bisschen schräg Ja, alle drin Ja, schräg sind wir sowieso Oh Gott Ich würde sagen Den Film mit Ninlein am Anfang Das war jetzt auch drin, oder? Ja Wir hatten ja alles drin Wird hier nichts rausgeschnitten Wird hier gar nichts rausgeschnitten Hä? Was macht meiner denn? Hallo Was ist dieses Feld? Was ist gerade passiert? Ich seh grad nicht, wo ich hin war Was zum Okay, irgendwie so, oder? Oh Gott Ja Was ist das für eine Map? Ich glaub, ich hab's Ich lieg vor einem Loch Ich weiß nicht, ob's das Richtige ist Es ist das Richtige Ja, das ist wohl das Richtige So Oh Also wenn euch das noch nicht gereicht hat Und wenn euch diese Map noch nicht schlimm genug war Dann hab ich noch eine andere Map für euch Die Ich hab Angst Die wirklich sehr schlimm ist Die können wir auch mal Welche? Vielleicht hab ich die auch Äh, das war hier Das war die Ich stotze nach oben Die Grafikstation dreht um 90 Grad Und ich fliege nach rechts weg Ich weiß nicht, wie sie hieß Aber das war Ich weiß nicht, ob wir sie benutzen dürfen überhaupt Das war Der Port Royal oder sowas Was die dort Was da gemacht wurde Irgendwie so Irgendwie so Äh, äh, äh Was passiert hier? Was? Was? So eine Fernsehsendung Was? Ich weiß nicht, was bei euch passiert Das ist irgendwie so eine RTL-Fernsehsendung Die sind einmal quer in die Gegend geflogen Ja Das war der stärkste Schlag der Welt gerade Ich hab mich fast von 100 Millimeter bewegt Wo müssen wir hin? Ich hab gerade Was zum Ich sag's mal so Gegen die Ah, okay, ich hab's Gegen die Port Royal Map Die ich Die war dort Die ich euch mal zeigen will Unbedingt Oh, 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 oh Gegen die ist das hier Das ist Das ist Das ist größter Scheiß hier Das ist hier Ich werde nicht noch mal schlagen Ich auch Ich werde dich nicht schlagen Jetzt jedenfalls nicht Ich sag euch Diese Map ist harmlos Fick dich, Modi Ich glaub, da brauchen wir eine Stunde für Um die Map zu machen Ach, komm schon Wirklich Ach, Mensch Was machst du da? Was machst du, Modi? Hey Böser Modi Hat er eine Mütze verloren? Ja Hab ich's auch noch reingeschafft Ich hab's auch noch reingeschafft